Yo, moin Pyros, ich habe eine kleine Info für euch. Es geht um das Böllerverbot 2020, in welchen Städten und Bundesländern was geregelt ist und wie es dort höchstwahrscheinlich ablaufen wird. Ja, wir fangen an mit Baden-Württemberg. Das Sinn von Pyrotechnik im öffentlichen Raum ist untersagt. Außerdem gelten von 20 Uhr abends bis 5 Uhr morgens Ausgangsbeschränkungen, auch an Silvester. Böllern kann man folglich nur im eigenen Garten oder vom Balkon aus. Ja, vom Balkon aus stelle ich es mir äußerst schwierig vor, eine Feuerwerksbatterie abzufeuern. Ja, es sei denn, ihr habt einen 50 Meter hohen Balkon, wo der nächste Nachbar dann erst kommt. Ja, sicherlich dieses Verbot, echt. Bayern, auch in Bayern geht eine nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Geböllert werden kann also nur auf Privatgrundstücken oder von der eigenen Wohnung aus. Wie das Böllerverbot im Freistaat umgesetzt wird, sollen die Städte und Kommunen selbst entscheiden. Berlin, das Abbrennen vom Feuerwerk ist generell erlaubt. Allerdings wird es einzelne Böllerverbotszonen geben. Bislang ist das rund um die Palaststraße in Schöneberg und am Alexanderplatz geplant. Brandenburg, normalerweise von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens geltende Ausgangsbeschränkungen, wird für den Silvesterabend und den Neujahrsmorgen gelockert. Ein generelles Böllerverbot ist nicht geplant. Die einzelnen Städte sind sich noch uneinig. Ja, super. Wird mal langsam Zeit, dann ist es nicht mehr lange in Läutung. Bremen, ob es ein komplettes Böllerverbot geben wird, darüber muss noch entschieden werden. Hamburg, das Abbrennen vom Feuerwerk ist in diesem Jahr verboten. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld rechnen. Also das ist so lächerlich echt, Leute. Wer das entschieden hat, diese Leute, die sollte man direkt aus... Ich sag dazu jetzt nichts weiter, sonst wird das Video wahrscheinlich gesperrt. Hessen, ein generelles Feuerwerksverbot in Hessen. Was gibt es in Hessen nicht? Die Stadt Frankfurt ist noch unentschieden. Ja, entscheide euch mal. Der Kreis Offenbach hat bereits beschlossen, dass es ein Feuerwerksverbot in diesem Jahr geben wird. Das steht ja jetzt nicht so ganz, aber so ungefähr. Mecklenburg-Vorpommern. Böllerverbot auf den öffentlichen Straßen und Plätzen. Lediglich Kinderfeuerwerk ist erlaubt. Na dann. Verstöße wären mit Bußgeldern zwischen 50 und 1000 Euro geahndet. Achso, wenn ich jetzt ein Vater wäre, mit meiner Tochter oder mit meinem Sohn rausgehen würde und ein bisschen was zünden würde, könnte mich eine Strafe bis zu 1000 Euro erwarten. Da kann ich nur einfach sagen, F-Wortet euch. Ja, man muss ja hier jetzt mittlerweile aufpassen, was noch die YouTube-Wörter sagt, weil es gibt ja keine Meinungsfreiheit mehr in unserem Land. Und ja, dann erwartet euch da wohl eine Strafe, aber die könnt ihr anfechten, hundertprozentig, weil das ist bestimmt rechtswidrig, was die hier abziehen. Das ist so lächerlich, echt. Niedersachsen. Das Mitführen und Abbrennen vom Feuerwerk sollte in diesem Jahr komplett verboten werden. Ja, er sollte. Dieser Beschluss ist jetzt vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg gekippt worden. Richtig so. Und ich hoffe, das folgt in allen anderen Bundesländern auch. Nordrhein-Westfalen. Ein pauschales Feuerwerksverbot soll es nicht geben. Allerdings sind zahlreich Verbotsungen geplant. Rheinland-Pfalz. Ein generelles Feuerwerksverbot ist nicht geplant. Saarland. Auch hier wird Feuerwerk lediglich an belebten Plätzen und Straßen verboten sein. Ja, ist verständlich. Sachsen. Kein generelles Feuerwerksverbot außer in Dresden. Irgendwas hat hier gerade geknackt. Keine Ahnung, ob man es gehört hat. Sachsen-Anhalt. Ob es ein generelles Böllerverbot geben wird, wird eine Woche vor Silvester entschieden. Ist ein bisschen knapp, Leute, muss man mal an der Stelle sagen. Schleswig-Holstein. Ein Böllerverbot wird nur für belebte Plätze und Straßen gelten. Da muss man jetzt natürlich warten, was halt wieder belebte Straßen sind. Thüringen. Ein Böllerverbot geht lediglich für belebte Plätze und Straßen. So, dann haben wir hier noch ein paar Städte, ich glaube acht Stück sind das, zwei, vier, sechs, acht, ne, sieben, die hier wieder unbedingt was ganz Besonderes sein wollen. Da haben wir einmal Bonn. Das Mitführen und die Verwendung von Feuerwerkskörpern ist auf allen öffentlichen Straßen wegen Plätzen sowie öffentlichen Anlagen und dem gesamten Bonner Stadtgebiet untersagt. Heißt für mich, dass das eigentlich überall verboten ist, oder? Außer jetzt zu Hause wahrscheinlich. Dresden. Böller und Raketen sind an Silvester komplett verboten. Mhm. Köln. Feuerwerk und Böller sind in Teilen der Stadt verboten. Zum Beispiel Domumgebung, Altstadt, Brücken, Rheinufer, Belgisches Viertel, Südstadt, Zülpicher Viertel. München. Voraussichtlich in der Innenstadt verboten. Offenbach, Feuerwerk ist im gesamten Kreis Offenbach verboten. Naja. Rostock, Böllerverbot in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Stuttgart, in der Innenstadt geht ein komplettes Böllerverbot. Ja. Das ist, was zur Zeit gilt. Es ist jetzt der 21.12.2020 um 10 Uhr. Ja, die drei Sekunden da, sieben, fünf. Ja, dann bedanke ich mich an der Stelle auf jeden Fall fürs Zusehen. Abonniert doch meinen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Aktiviert dann auch gleich die Glocke. Dann bekommt ihr mal eine Benachrichtigung. Außer YouTube hat mal wieder Probleme. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.